Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch eigentlich geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Sonntagmorgen reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 16.700 US-Dollar. Ich weiß, es ist wirklich öde. Es gibt weiterhin sehr, sehr wenig zu sagen. Trotzdem lohnt sich nochmal so ein kleiner Blick möglicherweise auf Bitcoin und Ethereum. Wir werden uns aber da noch ein paar Altcoins auf jeden Fall angucken. Ihr habt euch nämlich wieder ein paar gewünscht. Werfen wir auf jeden Fall einen Blick drauf. Ansonsten kleiner Reminder, heute läuft noch das exklusive BingX-Event. Heute könnt ihr euch noch registrieren. Dann kriegt ihr die Free Trades morgen gut geschrieben. Also morgen im Laufe des Tages. Und noch zwei Video-Ideen. Einmal Jahresend-Rallye, Wochenausblick. Habe ich gestern noch für euch gedreht. Also gerne vorbeigucken, was nächste Woche wichtig ist. Welche News. Blick auf Dow Jones, auf ein Nasdaq, auf ein S&P 500. Und dann gestern Abend um 19 Uhr habe ich auch noch ein Video rausgeknallt. Wo könnt ihr billig Bitcoin kaufen? Also das könnt ihr euch gerne mal angucken. Wir haben hier ein paar Vorschläge drin, beziehungsweise habe ich euch ein paar rausgesucht. Welche Anbieter ihr hier bedingungslos, sage ich mal, verwenden könnt. Also schaut euch das gerne an. Und ja, das war jetzt genug Eigenwerbung. Ich würde sagen, wir starten direkt durch. Lasst ein Video gerne schon mal ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und ja, jetzt starten wir durch. Wie gesagt, 16.700 US-Dollar momentan zumindest. Wir konsolidieren weiterhin in einer relativ engen Range. Wir hatten nochmal so einen kleinen Peak in die Region um 16.800 US-Dollar. Also 100 Dollar ist nicht wirklich viel. Seitdem habe ich jetzt hier nochmal so eine kleine Linie gezogen, so eine Art Symmetrical Triangle. Das hat auch noch ein bisschen Luft bis ungefähr Montagabend, um hier wirklich einen Breakout hinzulegen. Und ich glaube auch nicht, dass vorher relativ viel passiert. Wir haben, wie gesagt, zwei wichtige Zonen. Das sind die 17.200 US-Dollar und das sind die 16.400 US-Dollar einmal diese Range. Aber viel, viel wichtiger, hier unten die 15.900 US-Dollar. Und dort liegt weiterhin unsere Vektor-Candle. Das ist eigentlich unser Ankerpunkt, wo wir früher oder später nochmal hin sollten. Und wenn wir uns jetzt hier das Breakout mal ungefähr angucken, würden wir genau hier hinkommen. Also es passt schon ganz gut. Deswegen habe ich es auch eingezeichnet, weil es einfach, ihr wisst, ich bin kein Pattern-Freund. Aber hier würde es relativ gut passen. Wir haben mehrere Berührungspunkte. Das Breakout-Ziel würde genau bei 15.900 US-Dollar liegen. Das gibt uns noch ein bisschen Hoffnung. Ich hätte nur gerne diese Vektor-Candle gefüllt. Einfach unter dem Aspekt, hier unten liegt Liquidität. Wir haben eine Vektor-Candle, wir haben eine Demand-Zone hier unten. Also es wäre wünschenswert, einfach diese Liquidität hier unten noch zu holen, ein bisschen zu konsolidieren. Und dann möglicherweise erst hier oben die 17.200 US-Dollar zu holen. Ich habe es ja gestern schon gesagt, sollten wir erst hier hochkommen, werde ich hier sehr wahrscheinlich sogar einen Short-Trade eröffnen, um dann die Gegenbewegung nach unten hin mitzunehmen, weil diese Vektor-Candle einfach zu verlockend ist. Gut, dann Ethereum. Gleiches Bild. Muss man schon ganz ehrlich dazu sagen, sehr, sehr wenig Veränderung. Auch hier klar, hier haben wir auch nochmal so einen kleinen Peak bekommen, haben aber auch hier kein höheres Hoch wiederbekommen. Also das ist nochmal so eine kleine Zwischenetappe, die wir uns holen sollten bei ungefähr 1.230 bis ungefähr 1.240. Da müssen wir auf jeden Fall drüber kommen mit einem 4-Stunden-Close. Kein WIG, sondern 4-Stunden-Close. Die Long, die wir unten in dieser Vektor-Candle eröffnet haben, läuft natürlich weiter. Müsste jetzt auch schon einige Prozent im Plus sein, glaube ich. Jetzt darfst du mal gucken. Naja, 4 Prozent Dreierhebel sind 12 Prozent plus, ist jetzt nicht die Welt, aber trotzdem, der Trade läuft. Stop-Loss-Entry-Profite sind genommen. Also hier warten wir jetzt erst einmal ab, wie sich der Kurs weiterentwickelt. Sollten wir hier durchrasen, werde ich die nächsten Profite nehmen und dann hier oben, sage ich mal, 75 Prozent wahrscheinlich der Position schließen. Je nachdem, wie es dann aussieht. Mehr gibt es aber auch bei Ethereum nicht zu sagen. Hier haben wir uns, wie gesagt, schon die Vektor-Candle geholt, deshalb der Trade. Und jetzt schauen wir mal eure Alt-Könnenwünsche am Chilis, stand da mit sogar an erster Stelle. Also ich habe viele Nachrichten wegen Chilis bekommen, ist natürlich dieser WM-Hype. Und ihr wisst, ich habe auch hier einen Short eröffnet bei ungefähr 0,2740. Also der läuft Bombe hier, ist, glaube ich, mittlerweile 50 Prozent im Plus. Habe gestern nochmal versucht, so einen kleinen Long-Trade reinzumachen, hier in dem Golden Pocket beim tieferen Tief. Habe ich dann auch mitgenommen. Minimale Profite ist dann aber natürlich in Stop-Loss ausgerackt worden, hier nachdem die ersten Profite genommen wurden. Aber an sich, wir können mal ganz kurz gucken, ob der Abtrend hier noch intakt ist. Wurde jetzt auch erst einmal gebrochen, also erst einmal kein gutes Zeichen. Deshalb lasse ich den Short weiterhin offen. Aber welche Zonen sind hier für uns dann erst einmal interessant? Wir ziehen mal auch hier das Golden Pocket vom Tief zum Hoch. Ob wir jetzt eine Korrektur hier in den Bereich des Golden Pockets bekommen, wage ich zu bezweifeln. Erst einmal sage ich mal so, hier der Bereich um 0,382 wäre zum Beispiel eine erste Anlaufstelle. Weil hier zwischen nochmal so ein kleines Void ist, also das können wir uns mal ganz kurz einzeichnen. Dann wäre vielleicht ganz interessant, dann hier den Short zu 100% zu schließen. Klar, der WM-Hype kommt jetzt, WM geht los. Aber wir hatten es damals bei Crypto.com, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt. Super Bowl-Finale und Crypto.com. Kaum war das Finale da. Kurs hat seinen Peak erreicht und dann ging es nur noch rapide bergab. Deswegen gönnt euch einfach mal bei Chilis die Profite und lasst das Ding erst einmal laufen. Dann B&B war auch ein Wunsch. Schauen wir uns auch gerade mal an. Wenig zu sagen. Also hier muss man ganz ehrlich sagen, hier gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Wir sind hier auf dem Log-Chart. Einfach mal gucken, vom Trend her befinden wir uns in einem klaren Downtrend. Kurzfristig, längerfristig auch. Also gibt nicht wirklich viel zu sagen. Klar, den haben wir durchbrochen mit einem schönen Retest. Aber das Volumen hier absolute Mangelware. B&B würde ich mich persönlich sowieso momentan erst einmal fernhalten. Dann Cardano. Auch hier hält weiterhin der Abtrend. Noch kein tieferes Tiefgebildet. Leider, was ich mir eigentlich gewünscht habe bisher. Aber gut, auch hier sieht es dann möglicherweise so aus, als ob wir ein A-Sending-Triangle erst einmal bilden. Auch hier mal ein bisschen notieren. Dann Matic. Ein ganz großer Wunsch. Hier haben wir momentan zwei Szenarien. Also klar, wir hatten jetzt eine größere Korrektur, nachdem die ganzen News und so waren. Die erste Linie hier, die ich euch gerade markiere, das ist der normale Chart. Geben wir jetzt auf den Lock-Chart die Linie, dann müsst ihr die untere beachten. Da sind wir eben schon ausgebrochen auf dem logarithmischen Chart. Aber was hier nochmal interessant ist, vor allem auf dem 1-Stunden-Chart seht ihr hier ganz gut. Wir haben hier sehr, sehr viel Volumen hier unten noch drum liegen. Wäre wünschenswert, wenn wir einfach nochmal runterkommen. Plus wir haben dazwischen nochmal so eine 1-Stunden-Demand. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt den Traders-Reality-Indikator aufmache, wahrscheinlich hier auch noch so eine kleine Vektor-Candle. Also da bitte mal ein bisschen aufpassen. Ich würde, Matic momentan ist mir ein Long, ehrlich gesagt zu risky. Eher so in die Region um 0,86, 0,85, 0,70. Oder dann wirklich unter diesem Tief hier unten. Also das ist für mich ehrlich gesagt sogar verlockender. Ich kann hier auch mal dazu schreiben, Long-Einstieg einfach mal für uns, damit wir hier schon mal so einen kleinen Wegweiser haben, wo für uns möglicherweise auch ein Long-Einstieg wäre. Vom Volumen hier drüben sieht es eigentlich ganz gut aus. Hier das Tief müssten wir uns nicht unbedingt mehr fischen. Da ist dann eher dieser Bereich interessant, den wir uns aber hier drüben schon geholt haben. Also Matic müssen wir jetzt erst einmal abwarten. Chilis, Short läuft, Profite nehmen. Matic, wie gesagt, erst einmal ein bisschen abwarten. Dann Litecoin, auch momentan in einem krassen Abtrend. Nur auch hier muss man wirklich vorsichtig sein. Wir haben hier auch mehrere Möglichkeiten. Wir gehen mal ganz kurz auf den 4-Stunden-Chart. Wir sind in einem klaren Abtrend. Absolut ersichtlich, muss man nicht lange drüberlegen. Volumen ist abnehmend. Wir befinden uns am oberen Ende dieser Range, wo wir schon mal ausgebrochen sind. Und wo wir noch einen großen Wick haben bei ungefähr 69 US-Dollar. Und dieser verunsichert mich. Also diese Zone hier oben wurde mit sehr, sehr viel Volumen geshortet. Ihr seht es hier. Und jetzt hier rein zu shorten mit einem Risk von 9% ist für mich ehrlich gesagt viel, viel zu hoch. Also hier warte ich, dass der Trendbruch vorliegt. Vielleicht ein bestätigter Trendbruch sogar. Weil ansonsten befinden wir uns klar in einem ascendingen Triangle. Sieht man hier ganz gut. Und wir haben hier oben noch 9% Puffer. Also zwei Möglichkeiten. Bestätigter Trendbruch, Short-Möglichkeit. Oder wir gehen hier oben bei diesen 69 US-Dollar einen Short-Trade ein. Heißt, wir kriegen unseren Impuls da oben, holen uns die Liquidität und gehen dann nach unten. Versuchen eine neue Trendwende nach unten mit einem gleichzeitig tieferen Hoch zu bilden. Und dann sieht das für mich ganz gut aus. Aber momentan absolut keine Tradezone. Würde ich einfach die Finger davon lassen. Wer Spot hodelt, kann sich darüber freuen. Aber trademäßig momentan jetzt schon in den Short gehen. Klar, wir haben eine Bearish Divergence. Wir haben ziemlich viel überhitzte Indikatoren da. Aber wie gesagt, dieses Void hier drüben mit dieser Liquidität ist einfach zu verlocken für die Market Maker. Sich das wirklich noch zu holen. Dann Lixe. Wurde sich auch gewünscht. Hat sich sehr, sehr gut ausgespielt. Muss man sagen. Zwar jetzt nicht ganz hoch in die Range. Aber wir sind nochmal runtergekommen in diese grüne Zone. Und dann kam eben diese Gegenreaktion. Also das hat schon mal ganz gut gepasst von unserer Seite aus. Void, beziehungsweise hier drüben die Ineffizienz. Perfekt wieder abgeholt. Sogar ein bisschen tiefer. Also so wünscht man sich das. Und so wünsche ich mir das bei Bitcoin eben auch noch. Mal so als Fallbeispiel hier. Und ansonsten wenig Bewegung. Also auch hier eine relativ enge Range, muss man schon dazu sagen. Da müssen wir natürlich drüber kommen. Aber vom Volumencluster her würde ich sogar sagen, okay, wir holen uns diesen Bereich hier unten nochmal, weil da relativ viel Volumen drin ist. Also nochmal in die grüne Box hier einfach runter. Nochmal ein bisschen konsolidieren. Und dann erst das Breakout. Sieht für mich momentan zumindest ein bisschen besser aus. Dann zuletzt noch die Y, die X. Momentan hier in diesem Golden Pocket von dieser kleinen Aufwärtsbewegung, also von hier unten gezogen bis hier hoch, konsolidiert momentan ein bisschen. Also Hype hat ein bisschen nachgelassen. Müssen wir uns jetzt mal anschauen, weil wir hier oben noch sehr, sehr viel Volumen haben. Also wir haben auch dieses Peak hier oben bei ungefähr 2,73 Dollar mit sehr, sehr viel Volumen gebildet. Und das ist nicht wünschenswert, meines Erachtens nach. Also mal gucken, ob das hier einfach nur eine Korrektur ist. Die könnte bis ungefähr 1,96 Dollar gehen, weil wir eben hier noch das 0,5er Fibonacci Retracement Level haben. Wir haben hier das Void, also die Ineffizienz und auch noch eine Vector Candle, die hier auch noch liegt. Wir gucken mal ganz kurz mit den Pivots auch noch so ein bisschen überein. Und die SMAs, wo die momentan liegen, die liegen direkt im Golden Pocket hier unten. Aber erster Step wäre sogar für mich die 1,96 und dann müssen wir mal gucken, wie hier die Gegenreaktion ist, weil der RSI sich bis dahin schon deutlich abgekühlt wurde. Ob wir dann nochmal 10% dampen, wage ich ehrlich gesagt momentan ein bisschen zu bezweifeln. Aber Profite hier oben erstmal genommen. Jetzt eher so wieder Richtung Nachkauf bei ungefähr 1,96 oder ungefähr 1,80. Das wäre so der Bereich zum möglichen Nachkaufen. Gut, war jetzt noch ein bisschen ausführlicher das Update, also so von den Altcoins her, die ihr euch gewünscht habt. Wenn ihr noch mehr Altcoins mit habt, schreibt es unten gerne in die Kommentare rein. Dann gehen wir noch ganz kurz zu den News. Einmal noch eine Exi Infinity, Chartanalyse, eine Phantom. Chartanalyse müssten alles jetzt in der Telegram-Gruppe sein. Und die Zukunft der Kryptowährung liegt im regulierten Bankensystem. Kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Ich habe ja damals beim Interview oder beziehungsweise beim Talk mit den XRP Deutschlandjungs auch schon gesagt, Banken werden wahrscheinlich trotzdem funktionieren, beziehungsweise werden früher oder später auch da sein. Und da finde ich eigentlich diesen Artikel relativ passend dazu. Also müsst ihr in der Telegram-Gruppe sein, schaut gerne mal vorbei. Ansonsten direkt auf der CryptoGuru-Webseite. Das war es von mir. Später kommt wahrscheinlich noch, wenn ich es noch schaffe zu rendern und alles noch, ein Talk-Video für euch auch mal wieder. Und ansonsten, wie gesagt, schaut euch einfach noch den Wochenausblick an. Schaut euch, wo ihr günstig Bitcoin kaufen könnt an. Und dann war es jetzt von meiner Seite genug Werbung. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, entspannten Sonntag. Wir hören uns dann später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.